Ich hätte ja auch noch was für dich. Nee, die sind scheiße. Ja, lass halt liegen. Ja, lass dich einfach hier liegen. Okay, warte. Ich möchte gerne. War das jetzt irgendwie zu dekadent, oder? Ist ein netter Skinhead. Skinhead? So ein Horn dran ist. Never Skinhead, ne? Ja. Ey, man verliert Hüte auch nicht aus dem Inventar, ne? Aber ich hätte noch was kleines für dich. Was billiges. Warte mal kurz, ich hab angerufen. Ey, geil. Gibt's noch schönes? Also, never Skinhead wolltest du. Ist doch der hier. Ach, der hier. Der hier. Der hier. Ja, fick die Hände. Das Kaufen, Alter. Das sieht scheiße geil aus. Mit Bandana können wir nehmen. Der sieht auch nice aus. Ich glaub ich kaufe einfach alle Hüte, weißt du? Das ist halt irgendwie schon so. Der sieht auch nice aus. 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 Ich hab gesehen, ehrliches Geld macht man so. Für Chase Madness. Achso, das hab ich gekauft. Okay. Die blöde, ey. Size Limit. Ja gut, die Dinger sind halt schwer, wa? Ich hab ihn ganz leicht gehört, ne? Ich bin wieder da. Ah, okay. Du willst diesen Never Kopf noch, ne? Ja, bitte. Ach, ich hab ihn mir auch schon aufgesetzt. Ich seh ihn nicht. Drop. Ja, Mann. Und, warte, chill. Gibt ja noch viel mehr. Ähm. Ich geb doch diese Armschutzdinger, ne? Diese Ketten. Ketten? Was? Da gibt's Kettenarmschutz. Ah, man kann zwei von denen holen. Linker und rechter Arm. Oder diese dicken. Die Gallants Braiser. Ist grad jemand bei mir nebendran? Nö. Ja, dann nimm mal beide hier. Hast du die gekauft? Ne, die sind so grün nicht. Die will ich nicht. Das sind die besseren. Warte, die cool. Warte, guck mal kurz auf meine Schulter. Sieht das geil aus auf der einen Seite. Ich seh es leider nicht. Ich seh bei dir grad gar nichts, was du an hast. Ah. Äh, was würdest du sagen? Sind die geiler? Joa. Nehm ich gerne noch einen. Ja, wir machen es einfach so, wir geben auch die ganze Scheiße für Geld aus. Und dann haben wir das Geld wieder nicht. Ja. Das find ich fair. Ja, weißt du, für Peppy würd ich sagen, behalten wir auch noch ein wenig Scheiße über. Aber dann... Ja, vielleicht auch so'n Helm und so'n Hemmchen. Ne, ich will die grünen behalten. Muss ich ernsthaft sagen. Die sind Stachligen, das wär natürlich auch geil. Gibt's Stachlige? Ja... Ja, aber für... Für so komische Punkte. Achso. Warte, ich guck auch mal. Echt kurz noch coolere. Totenkopfmaske wär... Ich muss sagen, ich find ja die, die du hast, die gibt's dann noch in Silber. Die find ich auch eigentlich geil. Siehst du die? Was? Was bringen die Ketten eigentlich? Weiß nicht. Warte mal kaufen. Ach, die kann man equippen. Das ist auch für den Arm. Das ist dann so um den Arm gewickelt. Ja. Boah, wie gay. Soooo, was gibt's denn noch? Kann sich schon die Arme kaufen? Ja. Wir chillen erstmal hier ein klein wenig hier. Kauf mal ganz viel Mut. Nee, die kannst du nicht, die kannst du nicht einlagern. Oder fressen. Ja. Haben wir halt ganz viel Muni dabei. Ist das scheiß ich kann. Oder ganz viele Schlüssel. Weil guck mal, wir ficken das Spiel jetzt einfach, weil das einfach voll unfair ist. Oh, du kannst jetzt die Schlüssel so viel kosten. Ich hab jetzt schon 30 Schlüssel geholt, ne? Ach, gib mir auch mal, Alter. Und ein bisschen fressen, bitte. Weißt du, es kommt so. Ja, ich hab mir schon 30 Schlüssel geholt. Du willst essen? Ah ja, ich hab noch was geholt, äh, geholt für dich. Nimm mal. Weißt du, was lustig ist? Hm? Oh, kurz. Hier ist grad niemand. Okay, ich stell mich jetzt mal rein. Hä, das sind viel zu wenige Schlüssel, du Spaß. Was ich geholt habe, ne? So. Rasen. Einfach mal alle üben. Oh, Ketten. Die will ich haben. Einfach mal. Ich könnte alle Masken ausmachen. Weißt du, wie? Ich war einmal dick shoppen. Ja. Ja komm, nimm du die restlichen auf. Warte, ich hab jetzt einmal so'n, ähm, diese Ketten und einmal dieses dicke Scheißding. Ich würd gern Expedia kaufen können. Geht das? Nee, gibt's nicht. Aber das wär lustig. Weißt du, erstmal Level 500. Wie viel Geld hast du denn noch? Noch 160.000. Hm. Noch ein paar Schlüssel und bisschen Essen. Ich hab noch drei Backpacks in meinem Lager reingemacht. Wollte ich nur mal anmerken. Mein Lager ist wirklich voll. Na komm, nimm. Ich glaub nur noch. Ich will noch Schlüssel und bisschen Essen. Wie viel, äh, wie viele Plätze hast du im Lager denn noch frei? Hm, warte, ich guck mal kurz, wie viel die Schlüssel brauchen. Äh, einen. Mäh. Okay. Aber weißt du, was krass ist? Ich könnte jetzt das ganze Geld, das ich habe, für Schlüssel ausgeben, ne? Dann wär mein Weight aber so voll, dass ich nix mehr tragen könnte. Nie wieder. Bis ich sterbe. Ja, da bringt dir die Schlüssel halt auch nichts, wenn's voll ist, ne? Dann bringst du sie halt echt null, ne? Lass mich jetzt auch wohnen. Ich weiß, wenn ich sterbe, dann kriegt halt irgendeiner dann 10.000 Geld oder so. Dann hat er's auch verdient. Ne. Ist ja dann Hurensohn, der hat das ja dann... Okay, ne, dann nass ich von dir, das ist nur Hurensohn. Du bist jetzt nur ein Mongo. Okay. Ach, Backpacks. Ich mach grad Platz für Schlüssel. Backpacks nehmen gar keinen, die kosten gar keinen LBS, die geben nur Size Limit. Willst du noch ein paar Backpacks haben? So große Backpacks? Wie viel Size Limit haben die denn? Fick dich einmal, 300 Size. Ja, ne, im Global Inventory. Ah, 7,5. Okay. Was für ne Muni wollte Peppy nochmal ACP, gell? Ja, genau, für die Sniper. 32 kostet nur 150 Cash. Warum kauft der hier die Scheiße nicht selber? Weil wir jetzt Knete haben. Also mehr oder weniger du, aber... Warum hier mehr oder weniger eigentlich? Weiß ich auch nicht. Weil es uns nur im Doppelpack gibt. Ah, okay. Ah, ja, genau. Schatzi. Das sind halt die Suiten 2, weißt du? Die Ss. Die Ss. Zwei mit S geschrieben, ne? Die Suiten 2. Okay, so. Ich geb dir mal hier Muni, ne? Ach, die brauch ich nicht. Nicht? Alter, hier der eine steht einfach daneben und guckt. Die haben wahrscheinlich schon alles eingesammelt hier grad. Ähm. Ja. Will der uns jetzt abführen? Alter, der sieht auch krank aus, der Töp. Glaube ich wiff meine, meine, meine Smith & Risley würf ich weg. Und nimm ne andere Waffe dafür. Ja, gib mal bitte noch ein bisschen 9mm Ammo. Vielleicht auch noch Magnum & Gorge. 9mm? Ja, hier liegt. Hast du die gekriegt? Ja. Hast du die gekriegt? Okay. Ich will ganz viel. Ich will unendlich hab. So viel, dass ich unendlich hab. 50k... Rifle, Pistol, Ammo... Ach fuck, das ist mein... Das ist gar nicht das Store gewesen, ne? Ich will... Ich hab um irgendeine 3 Flashlights. Ja, blende mich halt, ne? Strobo-Pop. Weißt du, kommt der mit Strobo-Pop an. Du wolltest Essen haben, ne? Ja. Alter, Attack will happen in 10 Minuten. Ich will nicht wissen, wo das auftaucht. Oh ja, wenn das hier wär, jo. So geil, los. Ganz viel Muni schnell und dann einfach Dauerfeuer. Hier ist Essen. Oh ja, danke. Ist ein Bandana? Alter, das ist der scheiß... Ich kauf mir grad Muni für die Waffe, ne? Falls ich mal einen ficken will. Dann kriegt der richtig ab. Dann kriegt der Typ hier erstmal 60 Kugeln in den Arsch. Ich will... Ich will auch noch mehr Ammo. Von welcher? Dann gibt's so Dauerfeuer mit der Uzi. Äh, welche Muni ist das? Ein Millimeter einfach. Ah, die rote? Ja. Soll ich da mal 100 geben oder sowas? Ja, mach mal 200, 300, 400. Dies, das spielt keine Rolle. Klar, Alter. Ich hab... Ich hab nen Big Pack. Ja, das... Mit dem... Mit dem Gewicht ist auch noch was, ne? Ja, da scheiße ich doch drauf. Ich bin doch stronger. So, 240 hier. Alter, du kannst mir nochmal mindestens dreimal soviel geben. Kann ich halt echt, ne? Alter. Alter. Ich geh mal kurz raus und verballer mal 40. Nein, mach nicht. Ich glaub ich hol mir echt mal Ammo für das Global Inventory und leere das mal ein wenig aus. Was wiegt denn eigentlich immer so mega viel? Diese Frames? Die Frames und sowas. Und die Waffen. Gar nicht, ey. Waffen, ey. Wieso hat man sowas überhaupt? Ey, braucht man gar nicht. Kauf denen allen mal Rucksäcke. Ja, geil. Ich glaub ich bin mal voll nett und kauf allen mal Rucksäcke. Guck, ich bring das jetzt echt. Ich glaub, die checken... Die denken dann am Ende noch, dass du ein Hacker bist, dann wirst du hier geschehen gesperrt. Ja komm, ich lass es lieber. Safer Heights halber. Ja. Ähm. Wolltest du denn nicht vor 10 Minuten aus aufhören, weil deine Freundinnen haben kommen sollte? Ja, nö. Jetzt komm, scheiß auf Freunde, aber jetzt hocken wir da. Hier, wir haben jetzt Money, scheiß drauf. Jetzt nach Hause gehen. Wie viel passen? 200, okay. 240 haben wir jetzt. Was können wir jetzt noch anstellen? Wir haben noch mehr Muni. Ich hätte da voll gern diese Deadpool-Maske, ne? Aber die kostet halt von diesen scheiß Coins, Alter. Wär halt echt so, ne? Hm. Ich vertrau der Zone hier grad kein Stück, irgendwie. Ey, das wär so geil, wenn ich dich hier einfach ansetzen würde. Mal komm, ich glaub ich, ich stell mich jetzt hier irgendwo hin. Wenn ein anfängt, dann baller ich einen einfach rum. Hast du vielleicht nen Katana noch? Äh. Ja, du bist ja so arm, ich kauf dir lieber mal schnell einen, ne? Jaaaa! Wuuu! Lass mal ganz viel Shit kaufen. Und das dann wieder verkaufen. So komm ich an, Muni. Ja, weißt du, wir könnten's auch viel einfacher machen, ne? Ähm, ich hätte am Anfang einfach sagen können, ja komm, killst du mich einfach mal. Und dann, äh, ja, dann ist's halt, dann haben wir schon, wahr? So, ich hab jetzt nen Haufen Bullshit bei mir dabei mitgenommen. Was ich aber nicht dabei hab, ist Essen. Egal. Egal. Egal, YOLO. Ähm. Ich hab jetzt 20 GBs, ne? Ja, ich glaub ich nur noch was zu essen mit. Pfff. Kleinen Snack. Alter, wir können jetzt alles wegballern, los, lass übel XP fahren und so. Hab ich grad Viecher? Alter, los, einfach alles wegballern. Raus rushen, direkt ballern. Der ist jetzt sehr stark, jetzt, jetzt ja jetzt wieder, lalalalalala. Jetzt ist friendly fire auf einmal voll okay. Äh, friendly fire, hab's labert. Gegnerisches fire ist voll okay. Alles, lass mal sehen, lass jetzt nur mal Monster jagen. Also echt weißt, jetzt gehen wir zu ner Safe Zone die an der Attack ist. Woll mal, ich hab jetzt noch, ich hab noch Päckchen. Ich hab Päckchen für West View. Welche ist denn an der Attack? Also nichts in der Nähe. Ich hab Päckchen für West View. Da wollte ich gern hin. Hoppla! Was? Da ist einer bei dir. Wo? Da! Lexit Raid! Sollen wir den killen? Kill den! ALTER! Der schluckt! Der hat mir übelst gegeben, nähert er nicht. Lass ihn daher los! Ich bin in der Safe Zone. Jagen wir ihn! Nein, komm mit! Wo ist der? Hier draußen. Ich komm um die Ecke und fahr den weg. ALTER! Äh... Was für ein Geräusch? ALTER! Sniper! Ne, da unten ist er. Ah, der hat nen Golem! ALTER! Wie der gibt's! ALTER! Ich hab noch 200 Leben! ALTER! Halt dich! Ist der Spieler! ALTER! Da ist er! Da ist er! Wo? Im Haus! Im Haus drinne! Welchem? Dem! Wo du bist? Ja! Ja! Da war der grad! Ja! Da war der! Da war der! Das bist du! Ach! Ach! Der Golem! Ne! Der Spieler war da drinne! War der hier auch? Ja! Ja! Da ist er! Da ist er! Alter! Der hat mich gekillt! Ja! Ich schon! Ich lauf grad zu dir hin! Hast du den nicht gekillt? Ne! Ja gut! Die Uzi macht halt auch kein Damage! Stehst du vor der Safe Zone? Oder wie? Ja! Steht vor der Safe Zone! Ja! Wo killst du dich? Da ist mein Staff! Weil ich bin noch Protect und ich kann eigentlich jetzt einsammeln! Ja! Ja! Ich renne halt immer wieder rein dann! Ok! Ja! Ich mach das genauso! Ist der auch da? Ja! Und der looted auch! Der looted auch? Hm! Sag ich mal! Lextet du stinker! Ja! Der ist nicht alleine! Da ist auch ein anderer SAP Arsch Rieker! Ja! Erstmal Muni für die Lopez schnell kaufen! Gleich! Und dann kommen wir wieder raus! Und dann hab's in die Night Frack! Ich will das Päck hier nicht einnehmen! Ah! Einsammeln! Ah! Hast du mir grad angeklaut! Das ist den geilen Staff! Liegt da nichts mehr von mir? Ja! Doch! Military Backpack! Dann haben wir jetzt hier eh schon alle! So! Jetzt holen wir beide uns für Lopez! Oder sollen wir in den Schrott zu holen! Hier liegt ein Katana! Ich glaub der hat mir ein Katana hingelegt! Right on my way! Tschüss! Ah! Der hat mir meinen Zug zurückgegeben! Den war nur langweilig! Den war echt nur langweilig ne! Siri! Ich hab deine Warren auch noch ne! Ah! Guck mal her! Bitch! Die mit zu viel Muni! Okay! Sollen wir mit der Lopez Action machen? Aber! Brauchen wir nicht! Ja die UC ist scheiße! Trifft die nicht! Ja die macht auch irgendwie kein Dammit! Also auf Entfernung ist die richtig kacke! Ich will schon ein Maschinengewehr jetzt haben! Ja Schlüssel verliert man nicht! Echt nicht? Nee! Geil! Okay! Dann kauf mal bitte Lopez Muni! Bitte 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 bitte! Das ist die blaue! Blau! Und kaufen! Dings ist grad under attack! Museum! Da hingehen und Spaß haben! Würde ich schon sagen! Dann nimm mich dann! Dann mach ich! Dann geb ich dir schon! Kauf da viel zu healen und so einfach! Ja! Dass jetzt hier richtig rum hätten! Nimm! Hier hast du mal Muni! Da dreh ich meine Lopez auch mal mit! Und hier ist das? Nee das reicht doch nicht! Das ist zu wenig ne! Oder warte wie viel war das jetzt? Hast du mir echt 200 noch was gegeben? Ja! Okay! Gut! Zu wenig ne? Ja komm! Tut mir leid! Und noch was zum heilen! Ich bin halt ein armer Mann! Ich glaub der wollte nur das Cash haben, dass ich es halt aufgenommen hab! Ich mein der hat ja nicht mal geschossen! Ich hab ja zuerst geschossen! Ja schon war wieder! Aber er kam mir zu nah! Ich hatte Angst dass er mich dann irgendwie umnockt oder so! Der hat ne Schrotze gehabt oder? Weiß ich nicht! Der hat auf jeden Fall! Der hat auf jeden Fall! Was für ne Muni wolltest du noch mal haben? Der hat einen MG haben! Nee du wolltest Heilungsstuff haben gell? Ja! Ah ist das ganz oben ne? Ich will jetzt ungern drauf gehen! Ja ich kauf mir auch noch ein Heilungsdinger! Zehn Doktor Speck hol ich mir! Und nimmst du eigentlich drauf? Ja ich hab noch alles aufgenommen! Okay! Ja! Also Leute wir haben hier keinen Spaß ne? Muss man sagen! Das ist hier Serious Gameplay! Und äh den Typ den wir getötet haben das war auch ein Feind von uns! So ein fairer Spieler! Das war ein Feind von uns! Den haben wir dann extra getötet deswegen! Also hier! Kein Spaß hier ne? Ich meine guck mal! Wir haben ja selbst nicht gehackt ne? Ja wir haben selbst nicht gehackt! Muss man halt echt sagen! Das ist dann die Dummheit von dem! Und bedankt euch halt bei dem! Sagt ihm das er scheiße ist! Ja gell! Sagt ihm das er scheiße! Ich weiß aber nicht meinen Namen! Ja ich auch nicht! Ich will es nicht! Äh Bimbo Kopf! Bimbo Kopf 200 nennen wir ihn! Bimbo Kopf 200! Ja! Siehs voll geil aus in der Nahaufnahme! Also nebenbei! Ja man du auch! Jetzt ab sagste! So! Ab zum Museum! Lass mal Spaß haben ne? Oh geil! Können wir gleich hier bleiben! Alter aber! Lass Abstand nehmen! Lass Abstand nehmen! Lass ihn safe! Ja wir stehen nämlich grad total zentral! Lass ihn mal repären! Lass ihn selbst mal retten! Ich weiß nicht wie man das macht! Äh ich schon! Und zwar sieht man! Sieht man nicht! Ah so Luftdinger! Auf Dächern auf jeden Fall sind glaube ich diese Devices die wir repären müssen! Okay und dann steht man da nebendran! Komm lass mal machen! Lass mal machen! Lass mal machen! Lass mal machen! Watch hat zerfickt! Was du? Hä? Ich bin hier grad gefangen! Was? Ich war hier grade gefangen! Ich bin auf nem Dach! Wie die fressen ey! So! Hier ist kein Repairing Device! Kann man aber auch mal hoch! Sind wir vielleicht ein bisschen sicher! So! Wo sind die? Ne musst du immer einen nach nem anderen machen! Mh ich glaube! Eigentlich müsste man die hintersehen können! Ja gut dann! Äh! Hold it to repair! Wo? Hä? Was land hier grad! Okay mach mal! Hier! Irgendwas! Aber hier ist nichts! Oh ja! Lol! Äh! Noch 5! Hat einen Typ einer repariert! Ah! Hier unten! Hä? Im Haus oder wie? Ah! Ja! Hier unten! So ein Teil! Ah! Okay! Okay! Also ich soll dich defenden! 100 XP! Ist eigentlich easy! Da geht's! Wenn wir erstmal Viecher am Hals haben! Wie die weiß ist, die lassen so einen geilen Rauch fallen! Dann ist da hinten noch eins! Hinter dir! Hast du den gekillt? Jaja! Dahinten ist noch ein Watcher! Überall Crawler! Jaja! Das lag irgendwie total bei mir! Achtung! Aua! Tja! Habt ihr den zerfickt! Okay! Lass mal hier repair'n hin! Ich repair' okay! Ach! Da ist auch was! Ich repair' das Ding! Ja! Okay! Hier ist noch jemand anderes von der Schwarze! Hab's repaired! Gut! Dann hier Rinder! Hinter uns! Wollen wir ihn töten? Ne ne ne! Komm hinter uns! Der hilft ja uns oder? Ja klar! Ähm! Weißt du was? Player Level 2! Du! Ja! So! Äh! Noch 3 Devices hier! Okay! Geh hin! Eins! Why me? Ich find grad keins! Zwei Stück! Ja! Lass hier das bringen! Mit Nahkampf-Style! Das ist so mega easy mit der Waffe die zu killen! Lass sie nach zum Museum Outpost gehen und da auch repair'n! Ja! Ich hab hier noch ein Device! Ich bräuchte hier! Ja! 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 Nix los! Warte! Eins noch! Null! Ist wieder safe! Ha! Geil! Level 4 Survival Bonus! Alter! Ich bin Level 13 geworden! Ich hab auch grad... Alter! Es gab anscheinend... Einen richtig geilen Push wenn du das machst! Ja! Lass es zum Museum gehen! Ja! Ich will kurz Leveln! Hier ist aber nix mehr! Achso! Ich weiß was du meinst! Ja! Boah! Ich hab so wenig Geld, alter! Ist langweilig wenn man so wenig Geld hat, ne? Kann ich mir vorstellen! Das find ich gut weißt du! Wenn's halt so was abgeht dann helfen sie sich alle... 800 XP gab das! Wie viel? 800! Nice! Aber alter! Wenn ich Päckchen austeile dann krieg ich manchmal 2000 XP!